Adrian, Adrian, wach auf! Wer? Dein Vater hatte sich sehr verändert. Es hat ihn vergiftet. Es hat seine dunkle Seite hervorgebracht. Ihn in den Wahnsinn getrieben. Es hat mich verbrannt. Ich war schwanger. Zwillinge. Die Ärzte meinten, es sei ein Wunder, dass ich trotz meiner Verbrennungen, trotz all des Leids, zwei gesunde Kinder zur Welt brachte. Ein Wunder. Zunächst wollte ich euch nicht. Ihr erinnertet mich an ihn, daran, was passiert war. An meine Narben, an den Schmerz. Ich wollte nicht mehr leben. Aber dann, da waren diese beiden kleinen Geschöpfe. Hilflos. Und schuldig. Ich nahm das Angebot meiner Schwiegereltern an und nach über einem Jahr in verschiedenen Krankenhäusern zogen wir hierher. Ich brauchte ein Versteck. Ich wollte der Welt mein Gesicht nicht zeigen. Ihr brauchtet eine Familie und... Ja, ich hoffte verstehen zu können, wie es zu all dem kommen konnte. Und Samuel? Dein Vater wusste nicht, dass ich noch lebe. Und er wusste nichts von euch. Ich habe angefangen, ihn zu hassen. Er hat mein Leben zerstört. Und auch das Leben seiner Eltern. Als er nach dem Tod seines Großvaters hier aufkreuzte, versteckte ich mich hier in meinen Räumen und wartete darauf, dass er wieder verschwand. Angelina war auf dem Internat. Weit fort. In Sicherheit. Freunde hatten Victoria erzählt, dass Samuel nach dem Feuer als gebrochener Mann umherreiste und gar nichts Böses mehr an sich zu haben schien. Und dennoch fürchtete ich mich vor ihm. Als die ersten Morde geschahen, ahnte ich, dass Samuels dunkle Seite zurückgekehrt war. Doch Bates beruhigte mich. Er sagte, Samuel mache einen ausgeglichenen Eindruck. Und immerhin wäre das erste Unglück, Williams Tod, schon vor seinem Eintreffen geschehen. Sie glaubten mir nicht, wie schnell und vollständig der Fluch die Kontrolle über ihn gewinnen würde. Bates und Victoria werfen sich das bis heute vor. Ist Angelina hier im Schloss aufgewachsen? Nicht wirklich. Sie besuchte verschiedene Internate und war nur in den Ferien hier. Ein düsteres Schloss und eine... eine Entstellte wie ich sind nicht die richtige Umgebung für ein Kind. Ich glaube, sie war jedes Mal froh, wenn die Ferien zu Ende gingen. Was geschah dann? Warum hat sie mich gesucht? Vor zwei Jahren war sie für einige Wochen zu Besuch hier im Schloss. Sie schlich hier herum, las Bücher. Ich habe nicht geglaubt, dass sie in Gefahr war. Alle anderen Frauen der Familie waren von dem Fluch unberührt, verstehst du? Aber irgendwie hat er sie befallen, hat ihr eingeflüstert, sie sei für etwas Großes bestimmt, flüsterte ihr von Macht und Ruhm ins Ohr. Verlockend für ein Kind, das vielleicht nie die Aufmerksamkeit bekam, die es gebraucht hätte. Als wir dahinter kamen, dass sie sich mit Dingen beschäftigte, die für ewig im Dunkeln bleiben sollten, haben wir sie von hier fortgebracht. Wir haben den Orden reaktiviert und jemanden beauftragt, sie aufzuspüren, nachdem sie uns entwischt war. Reginald Boris. Richtig. Als er in Biddefort auf ihre Fährte kam, brach Blankes Entsetzen im Orden aus. Was würde sie von dir wollen? Dein Blut? Wir gaben Order, alles nur Mögliche zu tun, um Angelina von dir fernzuhalten. Was ist es, das mein Vater und mein Urgroßvater in den Wahnsinn getrieben hat? Das Schloss. Es ist das Schloss. Wie meinst du das? Du warst ein fröhliches Kind. Ihr beide wart es. Ihr habt die Krankenschwestern verzaubert und wart meine Sterne in finsterer Nacht. Aber dein Verhalten änderte sich hier im Schloss, Adrian. Wir lebten erst wenige Jahre hier. Da hättest du deine Schwester beinahe getötet. Du bist aggressiv geworden. Unberechenbar. Eines Tages hast du Angelina die große Treppe in der Halle hinuntergestoßen. Wie durch ein Wunder brach sie sich nur den Arm. Aber sie hätte tot sein können. Hast du mich deswegen weggegeben? Ich habe dich nicht weggegeben. Wir mussten dich in Sicherheit bringen. Aber so... Ich sah Samuels Blick in deinen Augen, Adrian. Ich fürchtete mich vor meinem eigenen kleinen Jungen. Mrs. Michaels. Die Köchin, die versucht hatte, mich aus den Flammen zu ziehen und das mit ihrer Gesundheit bezahlte, nahm dich auf. Du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als ich hörte, dass sich dein Verhalten in den Staaten normalisierte. Du meinst, dieses Schloss hat mich krank gemacht? In den Wahnsinn getrieben? Die Leute hier glauben an einen Fluch, der auf den männlichen Gordons lastet. Vielleicht lautet der Fluch, dass sie sich selber ins Unglück stürzen, solange sie hier leben. Hat der Orden mich im Bunker eingekerkert und nach Wales entführt? Nein. Wir erfuhren erst durch Miss Welle, dass du hier warst. Wir beschlossen, dich von hier fortzubringen und dir reinen Wein einzugießen. Doch plötzlich warst du wie vom Erdboden verschwunden. Wir befürchteten, Angelina hätte dich erwischt. Angelina war es nicht. Oder zumindest nicht allein. Im Gefängnis war ein Mann mit einer Maske. Das war niemand von uns. Oder zumindest hoffe ich das. Der Orden durchkämmte das ganze Gebiet. Und ausgerechnet in unserem eigenen Versammlungsraum fanden wir dich endlich. Wir betäubten dich und brachten dich nach Wales, in Elianors altes Schloss. Miss Welle war schon unterwegs, um dich über alles aufzuklären. Doch als sie ankam, warst du weg. Welche Rolle spielen Bates und Lady Victoria? Sie haben wie ich miterlebt, was der Fluch aus einem guten Menschen machen kann. Also haben sie ihr Leben der Aufgabe gewidmet, es nicht wieder geschehen zu lassen. Sie haben den Orden wieder zum Leben erweckt. Einen Orden, der vor Jahrhunderten gegründet wurde, um gegen den Fluch und seine Auswirkungen zu kämpfen. Bis er leider in Vergessenheit geraten ist. Wir alle haben dafür teuer bezahlt. Wer ist Mitglied im Orden? Victoria, Bates, Elianor und ich stehen hinter dem Orden. Aber die eigentliche Arbeit tun andere. Die junge Miss Welle zum Beispiel. Sie ist die Anführerin. Weil ihr Bruder Vic Samuel zum Opfer gefallen ist. So ist es. Wer hat Angelina ermordet? Wir wissen es nicht. Victoria meinte, vielleicht hätte Angelina sich im Wahnsinn etwas angetan. Indem sie sich selbst mit Benzin übergießt und anzündet? Blödsinn. Ich weiß. Vielleicht haben wir einen weiteren Gegenspieler, von dem wir nichts wissen. Oder kann ich es gewesen sein? Unmöglich. Wir haben dich durch die Kanalisation verfolgt. Du hättest nicht genug Zeit gehabt, an die Klippen zu fahren und sie umzubringen. Dann war es also der große Unbekannte. Ich bezweifle, dass er uns unbekannt ist. Es muss jemand sein, der über alle Vorgänge im Schloss informiert ist. Und der vom Orden weiß. Einer von uns. Wer? Wenn ich es wüsste, hätte er seine Tat schon bereut. Angelina war ein gutes Kind. Sie hätte sich erholt, so wie du es auch getan hast. Wir hätten sie nur für immer von hier fortbringen müssen. Und was geschieht nun mit mir? Du musst fort von hier. So weit wie nur möglich. Wir wissen nicht, wer Angelina umgebracht hat. Derjenige könnte auch hinter dir her sein. Du meinst hinter meinem Blut. Deswegen müssen wir dich fortschaffen und dir eine neue Identität besorgen. Und zweitens musst du um deiner Selbstwillen fort von hier. Dieses Schloss, diese ganze Gegend ist nicht gut für dich. Ich befürchte, dass du dich wieder verändern wirst, wenn du länger hier bleibst. Du wirst Wahnvorstellungen bekommen und vielleicht irgendwann Dinge tun, die du nicht tun willst. Du meinst, ich sehe Dinge, die gar nicht da sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es deinen Vater dazu gebracht hat, einen zwölfjährigen Jungen abzuschlachten. Also gut, ich werde gehen. Mom, sehen wir uns wieder? Sprich mit Bates. Er sollte sich um Flugtickets für dich kümmern. Du reist nach Florida. Dort werden wir uns in einigen Wochen wiedersehen. Ich? Es ist... Es ist alles zu viel, das weiß ich. Aber du wirst es eines Tages verstehen. Wir werden darüber reden und ich erkläre dir alles so gut ich kann. Mom. Auf Wiedersehen, mein Sohn. Sie wissen es also, Master Adrian? Ja. Warum haben Sie nichts gesagt? Als ich Ihren Akzent hörte, vermutete ich, dass Sie es seien, Master Adrian. Aber ich kannte Sie nur als Kind und aus Erzählungen Ihrer Adoptivmutter. Sicher war ich mir erst, als Sie mir das Foto von Miss Angelina gezeigt haben. Sie wussten von Ihrem Tod? Ja. Die Lady und ich sind heute in aller Früh mit dem Wagen zur Unglückstelle gefahren. Unsere Quellen bei der Polizei haben uns verständigt. Warum diese ist das Versteckspiel? Warum haben Sie mir nicht einfach gesagt, was ich wissen muss? Wir wussten nicht, wie Sie reagieren würden. Ich bin vorhin ins Dorf gegangen, um Miss Valle und die anderen zu informieren, aber ich konnte niemanden finden. Lady Victoria hielt es für das Beste, Sie zu beschäftigen und im Auge zu behalten, bis, nun ja, Verstärkung eintreffen würde. Das wird nicht nötig sein. Ich gehe freiwillig. Das freut mich sehr. Fragen Sie Louis nach den Tickets. Sally sollte ihn beauftragen, die Tickets aus einem Reisebüro im nächsten Ort zu holen. Ich danke Ihnen, Bates. Wo sind die Ladies? Sie haben sich zurück... Sie wissen, dass es noch einen Unbekannten gibt. Ja. Ich glaube, jemand hat mit Miss Angelina... Jemand aus dem Schloss oder aus dem Dorf und der es schließlich seine Partnerin aus dem Weg schafft. Hey, Louis! Was ist denn jetzt schon... Sind Sie schon wieder zurück? Wovon sprechen Sie? Bates meinte, er hätte Sally zu Ihnen geschickt, damit Sie zum Reisebüro fahren. Wozu denn ein Reisebüro? Wenn er Sie rausgeworfen hat, kann er Sie auch einfach so in den Zug setzen. Sie meinen... Sally war nicht hier? Ich habe sie seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Was soll das? Lügt er? Oder ist einer von denen... Auf Wiedersehen! Muss nicht sein! Mein Gott! Sally! Sie ist tot! Denk nach, Daryl! Bates könnte... Das heißt, alle drei könnten unschuldig sein. Oder besser gesagt, nun könnte wieder jeder im Schloss hinter meinem Hals her sein. Naja, außer Sally. Sie ist die zweite junge... Ihr Gesicht ist ganz auf... Irgendein Bastard hat ihr Gesicht. Auf was kann sie... Auf was kann sie gezeigt werden? Auf was kann... Das Wasser ist... Das Wasser ist kochend heiß. Ich werde mein Leben lang nicht mehr in ein... Puder, Schminke. Das Fenster ist... Das Fenster ist zu. Ab wem war sie im Weg? Ich sollte hier erst mal nach hinten. Ein Haufen Handtücher. Ein Löwenkopf. Das Wasser ist kochend heiß. Für mich heißt mal's ihr der Kopf... So leicht mache ich. Bates. Kann ich... Ich muss mit Bates... ... Bates.